Na komm, wir suchen uns einfach mal. Es muss ja irgendwann klappen. Komm schon, wie geht er. Nein. Sehr schön. Auf die Fresse. Nein, doch nicht. Hier. Take this, my, Sam. Nein. Aua. Lass mich Energie sammeln. Lass mich Energie sammeln. Und. Okay, das war nicht geplant. Aber okay. Nein. Nein. Aua. Lass mich gleich hinterher. Aua. Aua. Komm. Energie sammeln. Sehr schön. Okay. Okay. Komm. 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 Aua. Nicht schon wieder. Hör auf damit. Keiner. Keiner. Ich hasse dich, Vegeta. Dann fern. Einmal das. Einmal in den Modus. Und dann. Das. Sehr schön. Endlich. Genki Dama. Wo soll ich das denn da finden kriegen? Yes. Das ist unser. Genki Dama, Vegeta. Spür sie. Ja. Aua. So muss das aussehen. So gefällt mir das. Das ist gut Schaden für Vegeta. Das ist gut Schaden. Okay. 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 Aua. Aua. Was? Nein, 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 nicht das auch noch. Oh, komm schon. Oh, wir sind so kurz davor. Jetzt komm, jetzt mach nicht so eine Scheiße. Komm schon. Yes. Ich kann mich an die Haare hinterher. Oh, nein, 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 bitte nicht. Bitte. Bitte, bitte. Jetzt nicht sterben. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt nicht sterben. Das wär's. Nein. Endlich. Zum Glück. Okay. Okay, okay. Das ist überstanden. Und jetzt. Komm schon. Er hat's überlegt. Er hat's überlegt. Der hat das bestimmt. Bruchteil einer Sekunde früher gemacht als wir. Aber okay, wir haben's. Wir waren gar nicht so schlecht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du komischer Typ. Okay, wir gehen da. Fliegt das mal. Jetzt. Komm schon. Schlagen, schlagen, schlagen und treten. Okay. Okay. Er braucht treten. Okay. Kann er auch. Aua. Jetzt kommt schon. Fungo, ko. Natürlich, Toto, wieder seine ganze Energie verloren. Komm schon. Yes. Energie, so willkommen. Ich will noch bisschen mehr. Ich will maximal der Energie. Gäh. Okay. Ich will teleportieren, kurz auf jeden Fall. Eine Menge an den. Komm schon. Mal komm. Jetzt. Jetzt. Komm. Einmal. Und gag wieder einmal. Sehr gut. Konzentration. Das müsste. Was? Warum Vegeta? Still, du meinst es nicht gut mit mir. Du meinst es nicht gut mit mir. Ja, komm schon. Jetzt machen wir dich fertig. Komm schon. Alter, jetzt. Komm schon. Yes. Yes. Wir haben es geschafft. Vegeta's down. Vegeta's down. Endlich. Oh Gott. Hat ja nur Ewigkeiten gedauert. Oh Gott. Jetzt geht es mir gut. Sehr schön. Sehr schön. Das. Yes. Neuer Level. Level 7. Eins-Set-Punkt. Und den. Knall ich auf. Attacken. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Angriff. Ah. Vegeta. Endlich. Oh Gott. Und so wurde Vegeta besiegt. Und wir erhalten... Vegeta. Kann im Duell, Turnier oder Übungsmodus verwendet werden. Sehr schön. Und wir können jetzt auch mit Vegeta spielen. Und wir können jetzt auch mit Vegeta spielen. Und natürlich speichern wir. Denn wir haben die Vegeta besiegt. Gott. Endlich. Und jetzt geht es auf zum Planeten Namek. Wir möchten fortsetzen. Yes. Yes. Once there, they confront the evil Frieza, who is also searching for the Dragon Balls. Helpless against Frieza's might, they have no choice but to join forces with Vegeta. Meanwhile, Goku has healed and is headed for Namek in a ship built by Bulma's father. His efforts to recover the Dragon Balls frustrated. Frieza summons the Ginyu Force. Can young Gohan survive against the Ginyu Force and Frieza? Will Goku make it in time? I can feel it. Huge Power Levels all over the place. Time to see if all that training at a hundred times gravity paid off. Gohan! And Krillin's in trouble too. Hang on guys, I'm coming. Wir sind also nun auf dem Planeten Namek, um unsere Freunde wiederzubeleben, aber denen scheint es nicht gut zu gehen. Hier ist ihr Schiff, mit dem sie gekommen sind. Und wir schauen mal, vielleicht finden wir auch hier irgendwas. Ein Kapselhaus? Ein Kapselhaus? Ach so, ein Kapselhaus. Ich bin gespannt. Hallo. Oh, ach so, Bulma. Ähm. Ja. Die anderen sind abgehauen. Aus Gründen, Bulma. Die du natürlich wieder nicht siehst. Aber... Ich denke, wir werden sie gleich sehen. Ich glaube nicht, dass es die besten Nachrichten sind. Wir werden sehen, was uns erwartet, aber... Da ist noch ein Kampfpunkt. Möchten wir den mitnehmen? Ne, komm. Wir gehen jetzt einfach... Oder? Ach komm. Wir nehmen den mit. Das sind immerhin ein paar Erfahrungspunkte, die man mitnehmen kann. Wer weiß, wer uns dort erwartet. Nach diesem wunderschönen Ladebildschirm. Ach, nun, Siremon. Giiiih. Na, komm. Wir haben... Wir... Wir sind aber gesiegt. Also, wir werden dich ja wohl auch besiegen. Kamehameha hinterher. Na, komm. Na, komm schon. Und das war der erste, erst mal der zweite. Und... Erstmal... Aufs Maul. Schön den Backflug. Und damit war das... Nummer zwei. Eine... Er ist noch übrig. Aber auch, denke mal. Den werden wir mit Leichtigkeit besiegen. Komm. Na, komm schon. Okay. Nicht, wenn unsere Energie davon geht. Oh, kommt das da nicht geklappt, oder? Son Goku, aufstehen. Son Goku, aufstehen. Nein. Egal. Trotzdem muss das nicht möglich sein, dass man sich von so einem... explodieren lassen muss. 897 Punkte nur noch. Dann haben wir schon... wieder ein Level erreicht. Okay, und jetzt... Oh, da war was. Da war was. Oh, 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 oh. Was ist das? Yes! Ein Dragon Ball. Der... mit den ganzen... sieben Sternen. Ich hätte gerne den Dragon Radar gefunden. Den kann man hier wirklich auch finden. damit sehen wir auf einer Extra-Karte, wo sich die Dragon Balls verbinden. Äh, verbinden, ja. Für die Dragon... Hier leuchtet es, da leuchtet es. Ach so, das... Warte mal. Wir gehen mal hier runter. Vegeta, hier, äh, das! Was? Mein Körper! Yes! Mein Körper! Okay. Das war Vegeta. Dann haben wir hier noch einen Punkt. Mal schauen, was das ist. Das scheint, ein Kampf gewesen zu sein. Ich hoffe, ich bin nicht zu leid. Halt einfach an, Junge. Das wird dich aufreißen. Dad, es ist du! Hey! Oh, der hat's... zum Kampfpunkt auf Lärmung. Sorry, ich war late, Krillin. Thanks, Goku. But what's the use? I'll just get beat again. They're too strong. Even Vegeta's having a hard time. We can't stop them. I thought Vegeta was on their side. Well, he was, but... Don't speak. Just clear your mind. I can see what a struggle this has been for you. But listen, as for the Dragon Balls, Vegeta and those guys too. You just let me handle things from here, okay? Dann wollen wir mal sehen, was uns erwartet, hab ich gesagt. Es scheint ja ein ziemlich übermächtiger Gegner zu sein, wenn selbst Vegeta keine Chance hat. Es ist Rekum. He he he. Du wirst da einfach stehen da? Oder wir werden eigentlich kämpfen? Es ist punktlos. Du bist bereits verletzt. Du wirst es nicht mehr wissen. Du wirst es nicht mehr sehen. Wir besiegen den Feind. Natürlich besiegen wir den Feind. Hoffentlich doch. Aua! Aua! Der hat gut rein, der dicke Klumpen hier. Komm, jetzt. Doch es ist nicht in Ruhe. Aua! Bin schön. Und das sind wir hier. Gegenseitig treffen ist immer am besten. Das sind beide als nur wir. Und einmal das. Na komm schon. Ja, komm schon. Den kriegst du ab, Junge. Und einmal, einmal. Ich hab gesagt, einmal das hier. Okay, dann nicht. Jetzt aber. Dann und jetzt. Sehr schön. Rekum ist besiegt. Das war zu einfach. Da war mir geht das schwierige, muss man sagen. Sehr schön. Achtunger Punkte. Reicht für ein neues Level. Äh, das setze ich einfach mal auf. Gesundheit. Und einmal das Passwort. Und weiter geht's in unserer Story mit Sengoku. Entschuldigung. Entschuldigung, aber du hast dich offen geöffnet. Was? Du? Ein neun Skill, den Planeten Namek. Du kannst Planeten Namek im Stufenauswahlmenü wählen. Sprich, wenn wir jetzt ein freies Spiel machen würden. Dann könnten wir Planeten Namek auswählen. Und jetzt kriegen wir auch noch Rekum. Rekum kann im Duell, Turnier und Übungsmodus verwendet werden. Sehr gut. Ich kriegen ja eine Sache nach der anderen gerade. Ich würd gern wissen. Guck mal, da leuchtet's. Sehr, sehr schön. Mal schauen, was wir da haben. Der Dragon Radar. Sehr gut. Genau den hab ich gemeint. Wenn wir jetzt hier so aktivieren, können wir sehen, ob sich irgendwo ein Dragon Bomb befindet. Wir gehen jetzt irgendwo wieder zurück. Und da zum Beispiel. Da zum Beispiel ist einer versteckt. Ein Dragon Ball. Der mit fünf Sternen. Und so können wir jetzt nach und nach hier alles abfliegen. In der Hoffnung, dass sich irgendwo einer der Dragon Ball befindet. Wir kriegen jetzt also Punkte für einen Kampf, den wir gar nicht gemacht haben. Nehm ich gerne mit. Ich investiere nochmal in die Attacke, weil ich glaube, für das was kommt, werden wir ziemlich viel Angriff brauchen.